Hallo Leute, wir machen heute einen Test, wer die, wer etwas mehr hat oder so. Okay, also, wir machen ein Zimmer, wer das größere Zimmer kriegt. Okay, so, okay, ähm, ja, denkt dran, für dieses Video bitte Daumen hoch, ja, und, okay, stellt uns ja, okay, ich sag's so immer, aber, okay. Ja, von uns beiden spielt besser Fußball. Ein Punkt für mich, ja, ich halte mal eins, eins wieder nach oben. Hm, wer von uns beiden hat das größere Bett? Du hast, du hast kein Bett, du hast eine Couch, die man aufgelöst hat. Ja, das ist aber beides Bett. Okay, okay, eins, eins, okay. Wer von uns hat schon so das größte Zimmer? Ja, das will ich, warte, warte, wo allgemein? Wo wir mehr wohnen, oder? Nein, so, hier im Zimmer, so, von sich selber, so. Ja, ich habe aber zwei. Ja, leck mich doch. Gleich groß. Gleich groß. Bei meinem Vater. Oh, nur bei deinem Vater. Das habe ich auch mal zu machen. Nur, das, bei Silvia. Oh, du, richtig wohnst. Da wohne ich aber auch richtig. Na, jetzt leise. Ja, okay. Was meinst? Ich habe jetzt drei. Zwei. Jetzt alle ruhig, ja. Das ist nur eine Kameraunterbrechung. Okay, ich habe zwei. Dann machen wir das. Muss gerade noch diskutieren. Und ja. Ähm, ja. Jungs, das geht nicht. Du hast zwei, ne? Äh, zwei. Heute werden alle Menschen sterben. Das ist der Weltuntergang. Ich habe zwei. Ich bin nicht nur eine Frage. Wusstest du, dass wir verwandelt sind? Die Dame ist in welchem Verwandt? Ja. Und jetzt? Komm. Von wem ist unser Vater älter? Wie alt ist einer? Wie alt ist einer? 30. So jung. 2, der ist 38. Okay. Wie flachst du? 2. 2, okay. Okay. Die. Nein, das ist fies. Deine Mutters älter. Meine Sch... Meine Sch... Oh mein Gott! Wer von uns beiden ist stärker? Ich habe nur die ernst gemacht. Wer von uns beiden ist stärker? Keine Ahnung. Ah, gib zu. Geht doch so. Ach nein, nein, nein. Nein. Ähm. Ja, okay. Okay, wir machen einfach weiter mit drei. Drei, drei. Drei, drei. Hey. Wer von uns braucht länger im Bad? Boah. Wie lange brauchst du? Ich brauch meistens eine Stunde, eineinhalb Stunden oder so. Ich brauch ruhig die Schlange, Mann. Und wie lange ist denn? Einmal brauchst du dich zwei Tage. Ach komm, Mann. Dann war ich nur der Bartball an, Che. Zwei Tage gehabt, du hast gehört. Er bleibt jetzt für eine Live-Sendung. Nein, Digga, du hast zwei Tage. Auch Hälfte, Hälfte. Ja, Hälfte, Hälfte. 4, 4. Wegen unserer Styling ist uns wichtig. Ja, eigentlich bist du in einem Vorstellern, New Year. Spaß. Ich bin sehr nett zu meinen Schub, zu meinen Fans und so. Äh, nein, ja, nicht so. Okay, Digga. Okay, wer... Digga, meine Nase läuft. Wow. Wer von uns beiden... Wer von uns beiden... Oh, ich hatte gerade so eine Wut. Wer von uns beiden... ...muss länger... ...nummer zwei... ...und die hinten rausgucken, ums A-A... ...machen. Nein, 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 nein. Okay, Hälfte. Ach, sei nicht zu dir. Ich brauch halbe Stunde eine. Ich bin nicht zu dir. Hey, Leon. Kennst du, Leon, aus der... ...ähm... ...bei dem Vorstellern? Egal, Hälfte, Hälfte, egal. Ja, okay, wieder. Da ist ein 5. Okay. Verstehe, Frage. Okay. Okay. Mir fällt gar nichts rein, warte. Ich warte. Wer von uns beiden hat mehr Trikots? Ja, okay. Stehts 5 und 4, ne? Wie flachst du meinst? 5. Ich halb. Okay. 5. 5. 6. Okay. Okay. Wer von unten... Oh, krass. Was? Ja, hallo, wir sind bei deiner Schwester im Zimmer. Ja, ganz gut. Also wir sind gerade bei meiner Schwester im Zimmer und der hat pinke Säcke von meiner Schwester. Die schliefen nicht bei mir. Und ja, meine Schwester möchte bei mir im Zimmer schlafen. Ja, die hat schwierige Kinder. Ja, okay, deswegen reden wir auch nicht so laut. Okay. Hey. Okay, ähm, okay, wer von uns, warte, bleib du mal kurz, fotografier mich, äh, mach mich noch nicht, nein, nur, wir werden nicht sparen, scheiße. Okay. Wer von uns beiden hat mehr Hemde, Hemd, ein Hemd? Das ist, nee, sch, ja, zeig dir das ab. Ja, sechs, sechs, sechs. Ja, okay, ich hatte mal viel auf diesem Jahr, das ist kein Gewurz. Abonniere und sowas. Weil wir möchten ja, ähm, ab 100 Abonnenten in anderen Ländern. Ja. Ja, fliegen wir um die Welt. Schreibt. Auch nach Syrien. Ja, schreibt in die Kommentare. Und natürlich machen wir auch was für die Leute, die arm sind. Okay, hallo, hallo. Ähm, nächste Frage. Ähm, wer geht von uns beiden öfters ins Stadion? Hey. Okay. 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 Die nächste. Okay. Wer von uns hat ein Real Madrid Trikot? Schild. Ich hab'n Wasser. Mit dem Namen James. Mit dem Namen James Rodriguez. James Rodriguez. James Rodriguez. James Rodriguez, ja? James. Ja, er. Ja, sieben Minuten. Okay. Walsh. Was für Walsh? Wer? Okay, warte. Das kann grad nix sein. Warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Tick, tock, tick, tock, tick, tock. Sch, sch, erzähl es. Ähm, ähm, ähm. Die von uns hast du raus, das geht nicht. Wir können die nicht abmessen. Ähm. Bist du harm? Hä? Weiß ich nicht. Deine ist hier so groß aus. Ich weiß nicht. Der Mann, der ist ja eigentlich so... Die sind ja so... Die kämpft. Und wenn man nicht kämpft, und er weiß sie nicht. Kämpft, nein, hoch. Oh, ich weiß nicht. Lade ich schlafen, nur fein. Okay. Okay. Ähm. Wer von uns die längeren Haare hat? Mittel. Ja. Ja, wegen du an der Seite länger hast. Ja. Okay. Ähm. Acht. Sieben? Ja. Ja, acht, sieben. Ähm. Wir machen bis zehn, ne? Ja. Und wer von uns? Oh, Schatzkatz so ne gute Frage. Ähm. Oh, Schatzkatz so was Gutes. Wer von uns beiden... Ihr kennt doch bestimmt Bruno Mars und so, ne? Dieser Musiker da. Hallo. Wer von uns kann das Lied auf der Gitarre spielen? Acht zu acht. Ach. Ach. So viele Fragen, ey. Auch sie werden... Sie werden wirklich viel. Ein Schmachverfisch. Wer von uns beiden hat mehr weiße Blätter? Hm. Ich hab mein Kind ein Zimmer, ja? Ähm, meine... Also, hier. Und hier. Neun, neun. Okay. Es geht um den... Er wird eh gewonnen. Letzten Punkt. Und... Diese Frage wäre fies, die ich jetzt stelle. Boah. Ein iPhone? Nee. Hm. Wer hält gerade ein Buch in der Hand? Nein. Hm. Wer hat den größeren Schrank... Wer hat den größeren Schrank von uns beiden? Kommt doch an. Bei der Mutter, ne? Ich hatte noch einen größeren. Jetzt. Jetzt. Wer hat den größeren Schrank? Jetzt. Er... Okay. Er hat gewonnen. Und... Das war's. Das war's. Daumen hoch. Jeder... Also, er bekommt jetzt eine Woche das größere Zimmer. Und... Und... Denk dran. Ab 100 Abos. Um die ganze Welt. 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 Syrien. Syrien. Denk an die armen Kinder. Und... Immer... immer spenden. So wie Katy Perry. Aufthalten. Übersessen. Aufhören. Größere Zimmer.